Ich, ne, wäre der gefallene Engel und suche hier meine Prinzessin oder so oder meine Göttin, je nachdem, ist hier sowas im Angebot so oder nur Engel, Porzellanfigur, Pümpchen, nichts, was man wachküssen kann, was da oben aufsteht? Nein, es gibt nichts, wach ist kein Froschkönig bei. Aufsitze! Musik Musik Das war's für heute. Das ist doch schön. Könnte ich so eine Prinzessin sagen. Muss ich finden hier am Weihnachtsmarkt. Wir haben gefahren hier unterwegs und mussten eine Prinzessin finden. Und wir mussten Fragen richtig beantworten. Wie zum Beispiel, wie viele waren die drei heiligen Könige? Wie viele? Wie viele drei waren drei? Ja. Du weißt, wo meine Prinzessin hieß? Da? Sie? Hallo? Oh, Frau mit Schacht. Der Moor hat mir gesagt, sie sei meine Prinzessin. Hat der Moor sich vertan? Das macht nichts. Will ich Weihnachten? Ja. Lieber Herr im Himmel. Sag mir. Wie viele Prinzessinnen muss ich denn noch fragen? Gibt es sie überhaupt? Und bin ich hier nicht ganz fehl am Platze in dieser Welt, diesem gottlosen, mommonsüchtigen Hedonisten-Pack? Ich möchte nur eine bescheidene, zufriedene, liebevolle Prinzessin. Die finde ich hier nicht auf diesem dummen Weihnachtsmarkt. Wo soll ich sonst hingehen? Sag's mir. Bin ich jetzt, am wenigsten heute Nacht im Traum. Danke. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.